Hallo zusammen, heute haben wir einen Haufen Xbox-News, einiges zu einigen MMORPGs, VTuber-Dinge, Twitch-Dinge, Tankstellen, Karaoke, Lastwagen, Mutanten und sicher noch einiges anderes. Herzlich Willkommen, das ist die Woche. Fans der Xbox haben in letzter Zeit ein bisschen Grund zur Sorge, zum einen haben wir die dieswöchig angekündigte Preiserhöhung von Xbox Game Pass. Der meist beworbene Punkt von Game Pass war bisher der Day One Release brandneuer Games und unter anderem genau hier setzt eine neue Preisstaffelung an, die Microsoft diese Woche veröffentlicht hat. Der Service wird zukünftig geteilt in neue Stufen, nämlich Game Pass Core, Standard und Ultimate sowie den PC Game Pass, der weitgehend unverändert bleibt. Bis auf den Preis, der von 9 auf 12 Euro erhöht wird. Die Core-Variante, welche 70 Euro im Jahr und 10 im Monat kostet, bietet Online-Multiplayer sowie einen limitierten Katalog älterer Spiele. Game Pass Standard, vermutlich 15 Euro im Monat, gibt Zugriff auf den gesamten Game Pass Spiele-Katalog, schließt jedoch explizit die Day One Releases aus. Reporter, die mit Microsoft im Gespräch waren, berichten, dass es sich hier um je nach Spiel unterschiedliche Release-Fenster handeln soll, die zwischen 6 und 12 Monaten liegen. Der Game Pass Ultimate Preis wird von 15 auf 18 Euro im Monat steigen und ist der einzige Konsolen-Game Pass, der die Day One Spiele sowie Zugriff auf die EA Play Library beinhaltet. Zukünftige Werbeslides für Game Pass brauchen also jede Menge neue Sternchen. Mit diesen Preisänderungen wird der Day One Zugriff auf brandneue Spiele insgesamt knapp doppelt so teuer im direkten Vergleich zum Start von Game Pass. Diese ganzen Änderungen sind gerade für Konsolenbesitzer mehr als unbequem und mit einer Reportage seitens The Verge ist der erste Eindruck, dass Microsoft hier eher Spieler Richtung PC schicken will, anstatt die Konsole zu bewerben, nicht unwahrscheinlich. The Verge hat laut eigener Aussage einen Tipp erhalten, der besagt, dass Microsoft seine Xbox-Strategie für das kommende Finanzjahr drastisch ändern wird, insbesondere in der EMEA-Region, also Europa, Mittlerer Osten, Asien. In vielen Ländern der Region habe Microsoft besonders mit dem Verkauf von Xbox-Konsolen gestruggelt und plane nun, das gesamte Marketing für die Hardware komplett einzustellen und sich stattdessen auf ein konsolenfreies Game Pass sowie auf den Xbox-Controller als Hardware-Produkt zu konzentrieren. Dies deckt sich wiederum mit dem aktuellen Marketing von Xbox, welches sich stark auf das Konzept Keine Xbox, Kein Problem konzentriert. Auch kommende Xbox-Hardware wird ein bisschen in Frage gestellt. Noch gab es natürlich kein offizielles Wort, aber das Erscheinen eines echten Xbox-Nachfolgers könnte erheblich unwahrscheinlicher werden als bisher, falls diese Pläne tatsächlich zutreffen sollten. Eine andere Möglichkeit wäre, dass Game Pass als Projekt mittlerweile von Microsoft vorsichtig als problematisch, vielleicht sogar als teilweise gescheitert angesehen wird, Einkäufe seitens Microsoft, die gefühlt die Hälfte der modernen Spieleindustrie ausmachen, machen Game Pass als Service für Microsoft teurer und teurer und die Anpassung des Preises könnte hier eine erste Reaktion sein. So oder so, Game Pass scheint für Xbox noch nicht der durchschlagende und dauerhafte Erfolg zu sein, den man sich vorgestellt und erhofft hat. Gleichermaßen kommt ein Aufgeben aber nicht in Frage, denn mit der sich nun durchgesetzten Kundenerwartung, dass Spiele a la Spotify quasi kostenlos auf dem Teller landen, würde Microsoft es sehr schwer haben, den Fokus wieder auf eine a la Card Auswahl zu setzen. Und auch erste Reports, dass später diesen Monat mit Modern Warfare 3 ein Call of Duty auf den Game Pass geschoben wird, spricht nicht für ein frühes Ende des Services. Natürlich wird eine Preisänderung um weniger Euro pro Monat den Game Pass nicht zerstören, aber gerade die Verschiebung von Day One Spielen auf Ultimate und PC-Only könnte für einige Spiele ein K.O.-Grund sein. Wir werden sehen, wohin die Reise geht, wie Microsofts Plan für die Konsolen-Zukunft aussieht und ob die nächste Xbox tatsächlich, wie einige Gerüchte behaupten, lediglich ein gebrandeter PC sein wird, anstatt eine tatsächliche Konsole. So oder so, die Xbox-Welt ist heute als Konsument um einiges komplizierter geworden. Wer ist eMio? Ein neuer Teaser von Nintendo, veröffentlicht auf Video- und Social-Plattformen, verwirrt die Spielewelt. Das kurze, aber ziemlich creepy Video zeigt eine Person mit einer Papiertüte auf dem Kopf, auf der ein lachendes Gesicht gemalt ist und präsentiert sich in bestem J-Horror-Stil. Der Name des Charakters ist offenbar eMio, was grob übersetzt lächelnder Mann bedeutet. In einigen Ländern beinhaltet das Video auch diverse Inhaltswarnungen, beispielsweise starke Themen von Gewalt, häuslicher Gewalt und Suizid-Themen und nichts davon passt erst einmal zu Nintendos sonstigen Content, nicht einmal älteren Horrortiteln wie Eternal Darkness. Einige Nutzer vermuten hier eine Cross-Promotion eines neuen Horrortitels von Bloober Team, welche unter anderem für das Silent Hill 2 Remake oder The Medium verantwortlich sind. Doch da weder der Stil des Spiels zu Bloober zu passen scheint und keine der Posts von Nintendo irgendwelche Hinweise auf Third-Party enthält, scheint dies unwahrscheinlich. Ebenso unwahrscheinlich ist jedoch ein brutaler, mit krass erwachsenen Themen bestückter Horrortitel direkt von Nintendo. Aktuell bleibt uns hier also nur abzuwarten und die zahlreichen Fanarts und Memes zu bestaunen, die es bereits auf Social Media zu sehen gibt. Gocha Gocha Games, der Hersteller der RPG Maker Serie, weitet sein Portfolio aus. Action Game Maker wird 2025 auf Steam starten und soll die Entwicklung von 2D Action Games auf ein neues Level bringen. Action Game Maker wird durch die Godot Engine gepowert und soll Zugriff auf professionelle Game Dev Tools ohne Programmierkenntnisse ermöglichen. Ähnlich wie in Pixel Game Maker oder RPG Maker sollen Spiele einfach durch das Zusammensetzen einfacher Aktionen zu komplexen Logiken zusammengebastelt werden können. Auch Charaktere, Artworks, Tiles, Musik und Soundeffekte sind bereits vorhanden und sünftige Designer sollen sich um Assets keine Gedanken machen müssen. Action Game Maker hat weder ein festes Release Date noch einen Preis, aber wird für Hobbyentwickler sicherlich eine großartige Alternative zu bekannten komplexen Engines darstellen. Tencent stampft den Free2Play-Shooter Synced ein, gerade einmal ein Jahr nach seinem Start. Das Studio sagt auf der Webseite des Spiels, vielen Dank dafür, dass ihr Synced gespielt habt und wertvolle Mitglieder seiner Community wart, aber wir müssen euch leider informieren, dass das Spiel diesen September abgeschaltet wird. Es werden keine Gründe oder weitere Details gegeben, aber da ihr jetzt alle dieses Spiel schaut und euch fragt, was zum Geier ist ein Synth, sollte die Antwort darauf relativ eindeutig sein. Synths Bewertungen auf Steam sind alles andere als optimal und die Wartezeiten, um nach dem Tutorial überhaupt in ein Spiel zu kommen, übersteigen oftmals die 10-Minuten-Grenze. Die Handvoll vorhandener Spieler werden noch bis zum 8. September spielen können, danach wird das Spiel nicht mehr verfügbar sein. PAL World Studio Pocket Pair verbündet sich mit Sony Music und Anime-Marke Aniplex, ebenfalls Sony, um PAL World Entertainment zu gründen. Die PAL World Company soll die PAL World IP in weitere Bereiche neben dem eigentlichen Spiel erweitern. Dazu gehören neben Merchandise und lizenzrechtlichen Aufgaben auch alle anderen IP-rechtlichen Entscheidungen und kommerziellen Aktivitäten. Den Start soll aber wie immer Merchandise machen. Nach einem fantastischen Start mit über 2 Millionen Spielern ist die Beliebtheit von PAL World selbst nach einem guten halben Jahr gesunken. Auf Steam selbst sieht man aktuell Spielerzahlen unterhalb der 100.000er-Grenze. Damit könnte die Entscheidung für PAL World Entertainment vielleicht etwas zu spät kommen, da der große Hype um Pokémon with Guns durchaus nachgelassen hat. Albion Online feiert seinen 7. Geburtstag mit Kuchen, einem Mount und einer Feuerwehrkanone für Spieler. Außerdem bringt Albion zur Feier der Woche sein Living Legacy Event zurück, bei dem Spieler gegen Open-World-Bosse antreten können, die wiederum auf Albions legendären Helden basieren. Als Belohnung gibt's den vorher erwähnten Geburtstags-Loot, Albions Städte sind hübsch dekoriert und jeder Spieler, der während der Festivitäten einloggt, bekommt ein kleines Geschenkebündel der Entwickler. Der ganze Spaß läuft noch bis zum 30. Juli, ihr habt also noch ein bisschen Zeit. NetEase's neues Free-to-Play-Horror-Survival-Spiel Once Human ist offiziell gestartet und mit über 130.000 Spielern offenbar sofort in die Top 10 der Steam-Charts eingestiegen. Das Spiel wird von NetEase als New Weird Genre beschrieben und die Entwickler zitierten als Inspiration sowohl SCP Foundation, also Secure, Collect, Protect, eine Creepypasta-Sammelseite, die auch Control inspiriert hat, Lovecraftschen Horror und die übliche Post-Apokalypse. Man kann allein oder mit Freunden in einer großen Welt Bäume fällen und riesige Häuser bauen, aber – und das scheint eine der großen Besonderheiten zu sein – sich auch daran machen, die Geheimnisse dieser Welt zu erforschen und einer Main-Storyline zu folgen. Zum offiziellen Start aus dem Early Access bietet Once Human 5 große Regionen, 5 Fraktionen und viele, viele Gegnertypen, Storylines und Side-Quests. Die Server unterstützen bis zu 4000 Spieler pro Spiel, deutlich mehr als die meisten anderen Survival-Games und bieten somit die Möglichkeit von Allianzen und sogar Kriegen innerhalb der Spielgemeinschaft. Ich werde sicher allein wegen des Themas mal reinschauen, also wer Lust hat, kann das Ding jetzt auf Steam oder Epic kostenlos antesten. Außerdem ist für den 24. September der Early Access Start von Greedfall 2 The Dying World angekündigt. Das Action-Rollenspiel von Nacon und Spiders bringt damit die ersten paar Kapitel der Story und verspricht kontinuierliche Updates über die Early Access Periode. Greedfall 1 war ein tolles Spiel mit einigen kleinen Macken und eine ganz wunderbar spielbare Verbindung von Soulslike Kampf mit eher traditionellem Action-Rollenspiel außenrum und einer spannenden Geschichte. Und würde ich nicht sehr optimistisch sein, würde ich es hier nicht erwähnen. Was wäre eine Folgewoche ohne Kündigung? Diesmal trifft es Splash Damage, die in letzter Zeit hauptsächlich als helfende Developer für Gears of War und Halo Spiele unterwegs waren. Aber mit Transformers Reactivate und Project Astrid, einem Survival-Game, auch eigene Spiele in der Macher haben. Laut Games Industry Biz wird im Studio eine kleine Anzahl an Mitarbeitern betroffen sein, die die Firma durch, sagt es mit mir, Umstrukturierung, um sich den aktuellen und kommenden Titeln anpassen zu können, verlassen müssen. Es geht hier hauptsächlich um organisatorische und operative Stellen, große Teile der Entwickler sollen nicht in Gefahr sein. Die gefürchteten E-Mails gehen die Tage raus, danach wissen wir sicherlich mehr. Die deutsche Twitch-Szene hat wieder einen ganz normalen. Gegen Streamer Selemkan Asanov, aka Mois, wird mittlerweile von der Polizei Nürnberg aus ermittelt, nachdem er in mehreren Fällen antisemitische Aussagen offen und versteckt vom Stapel gelassen, sowie nachgewiesenermaßen seine Ex-Frau geschlagen hat. Der Streamer sagte im Nachhinein, dass er Gott dankbar seien, dass er sie nur geschlagen und nicht getötet habe und nach den Aussagen von Ex-Frau Anis, die die Geschichte auf Instagram veröffentlichte, war er mindestens einmal nur eine Messerbreite und weitere schwere Misshandlungen davon entfernt, bevor die Polizei eintraf. Ermittelt wird jedoch in erster Linie wegen der antisemitischen Aussagen, unter anderem der Aussage, dass seine Frau ihn, Zitat, mit einem der kiegen Jungen betrogen habe oder dass sie ihre Seele an die Illuminaten verkauft habe, was ein bekannter antisemitischer Code ist. Außerdem hat die Polizei Bielefeld ebenso ein Verfahren gegen Mois eingeleitet, mit der Anschuldigung der Bedrohung. Natürlich, wie in der deutschen Stream-Szene üblich, spielt das für Mois selbst aktuell nur wenig Rolle, der 33-Jährige streamt und rappt fröhlich weiter und seine über eine Million Follower sind natürlich hauptsächlich auf seiner Seite, da Anis natürlich selbst Schuld habe. Parasoziale Beziehung wiegt hier wie üblich mehr als dem Zuhören des wirklichen Opfers. Das Deutschlandticket wird wieder teurer. Die Bundesregierung hat sich geeinigt, dass der Ticketpreis für das beliebte Deutschlandticket im Jahr 2025 angehoben wird. Es heiße, dass auch, wenn alle Bundes- und Landesmittel verfügbar seien, der Preis erhöht werden müsse. Niedersachsens Verkehrsminister Olaf Lies sagt, dass ein stabiler und gesicherter Preis erreicht werden muss, wenn Klimaziele erreicht werden sollen und ein Mobilitätsangebot gemacht werden will. Der Fahrgastverband ProBahn sagt, eine Erhöhung der bisherigen 49 Euro von 5 Euro oder 10 Prozent sollte ausreichend sein. Mittelfristig wäre ein Anstieg auf 59 Euro denkbar. Ein finaler Preis wurde noch nicht bestätigt. Kata bringt eine lizenzierte Shell-Klemmbaustein-Tankstelle auf den Markt. Nun mag ich weder Shell noch Tankstellen, aber irgendwas an diesem Ding triggert eine längst vergessene Kindheitserinnerung aus einer Zeit, in der Lego noch Shell-Tankstellen rausgebracht hat, die natürlich um einiges schlechter aussahen. Und aus welchen Gründen auch immer scheinen Tankstellen ja bei vielen Kindern irgendwelche Knöpfe zu pushen, also dachte ich mir, ich erwähne das Set zumindest mal. Genauer handelt es sich sogar um vier Sets, welche man zu einer riesigen Tankstellen-Spaß-Umgebung oder halt einfach zwei Tanken kombinieren kann. Neben einem 1200-Teile-Set der kompletten Tanke gibt's separat einen Zapfsäulenaufbau für Motorräder, einen zusätzlichen kleinen Kassen- und Ladenbereich sowie eine Autowaschanlage. Und alle Sets sehen tatsächlich verdammt nett aus und passen sicher so in einige Klemmbausteinstädte. Die große Tankstelle kostet zum Beispiel beim Spielzeugfuchs 79 Euro, die kleineren sind entsprechend nochmal günstiger. Kommen auch mit gedruckter Anleitung und Kaders Qualität ist im Normalfall auch sehr gut. Ich befürchte also keinerlei Probleme für City-Fans, die bisher nur mit Lego gebastelt haben. Marvel veröffentlichte einen ersten Teaser-Trailer zur neuen MCU-Serie Agatha All Along, die am 18. September auf Disney Plus startet. Der Trailer rund um Catherine Hahn als Hexe Agatha Harkness, bekannt aus WandaVision, die aus ihrem Gedankengefängnis ausbricht und sich eine eigene Hexenfamilie sucht, macht ein wenig mehr klar, was für eine Atmosphäre die Show mitbringen will. So sehen wir unter anderem gruselige, fast schon horroreske Szenen, die einen ersten Blick auf Joe Locke in seiner Figur Billy, aka, wenn die Comic-Vorlage eine Rolle spielt, Wanders Sohn und Held Wiccan, sowie die Grundhandlung der Serie gibt. Team Agatha folgt der Hexenstraße, um letztendlich einen Wunsch erfüllt zu bekommen. Oder so. Dabei orientiert sich die Serie zumindest teilweise, wie WandaVision vorher, an mehr oder weniger berühmten TV-Vorlagen wie Kriminalprocedurals oder Horrorklassikern. Ebenfalls einen ersten Teaser-Trailer gab es von Captain America Brave New World. Der Film sieht aus wie eine direkte Fortsetzung von Captain America and the Winter Soldier und neben Anthony Mackie als Sam Wilson, Captain America und Danny Ramirez als Joachim Torres gibt's ein Wiedersehen mit Carl Lumblies, Isaiah Bradley und jetzt von Harrison Ford gespielt, General Ross und einen kleinen Sneak Peek auf Red Hulk. Außerdem macht sich Tim Blake Nelson als Samuel Stern bemerkbar, der sehr wahrscheinlich als Comic-Bösewicht The Leader den Main-Villain übernehmen wird. Den Leader haben wir zuletzt im Edward Norton Hulk gesehen. Der Typ mit dem Blubberkopf. Wisst ihr schon. Außerdem sieht's stark danach aus, als würden wir hier endlich erstmals mit den Folgen aus Eternals konfrontiert werden, da einige Hintergründe auf dem offenen Meer sehr stark an Tiamat erinnern. Der Trailer erinnert genremäßig stark an The Winter Soldier und es gibt vermutlich also mehr Charakter-Drama und Thriller-Einflüsse als straight-up Superhelden-Faustkämpfe, auch wenn diese natürlich ebenfalls fest angemeldet sind. Bisher im Vordergrund scheint aber der eher mentale Kampf zu stehen zwischen der Selbstauffassung und Selbstbestimmung eines modernen Captain America und den Wünschen und Befehlen des Landes Amerika selbst, die sich eher selten decken werden und für die ein oder andere Meinungsverschiedenheit sorgen werden. Captain America Brave New World kommt im Februar in die Kinos. Auch gibt es Neuigkeiten von Marvels Mutanten, den X-Men, genauer X-Men 97. Nachdem sich Marvel relativ unspektakulär von Showrunner Bo de Mayo verabschiedet hat und es bis dato neben einigen Gerüchten keine definitiven Gründe für den Abgang gab, berichtet Deadline jetzt vom Nachfolger. Matthew Chauncey, vorher unter anderem für What If als Writer und Producer ebenfalls bei Marvel beschäftigt, soll Staffel 3 der grandiosen Trickfilmserie um die X-Men schreiben. Der Rest des Produktionscasts bleibt unangetastet. Season 3 ist bereits in Entwicklung. VTuber Agentur Nishi Ninja Productions, deren Social Content hauptsächlich aus Warnungen und Stellungnahmen besteht, ist immer noch nicht so ganz auf festem Boden. Nachdem sie zuletzt im Mai erwischt wurden, ein offizielles Hololive Gruppenbild als ihre VTuber veröffentlicht zu haben, ist nun einigen VTubern aufgefallen, dass die Webseite von Nishi Ninja weder ihren aktuellen Katalog an gesignten VTubern wiedergibt, noch die paar Links, die tatsächlich vorhanden sind, auch zu den VTubern gehen, die dort abgebildet sind. Auf der Müllhalde formerly known as Twitter wurden sie nun darauf aufmerksam gemacht und haben initial erstmal jeden einzelnen Post ausgeblendet. In einem nachfolgenden Statement sagte Nishi Ninja, wir sind offen für Kritik und bereit bei Fragen zu antworten. Wir alle sind uns im klaren, welche Fehler begangen wurden und dass sich das Image sowie unsere offenen Baustellen nicht von heute auf morgen ändern können. Ich spreche vermutlich im Namen aller Mitglieder, dass wir gerne die Erfahrungen mit uns euch zuteil lassen werden, wenn ihr uns fragt. Nobody is perfect, wir stehen zu unseren vorherigen Fehlentscheidungen und haben dies bereits beteuert und um Entschuldigung gebeten. Nishi Ninja ist eine von vielen Startup-VTuber-Agenturen in Deutschland, bei denen man nicht wirklich dahinter steigt, wer sie sind, warum sie tun, was sie tun und was der große Plan ist. Das Impressum leitet weiter auf Autorenglück, eine Webseite mit der speziellen Aufgabe Impressen unkenntlich zu machen und ihr eigener Webauftritt sieht sehr stark nach Standard-Wordpress-Theme aus, bei der, wie gesagt, nicht einmal die Standard-Theme-Links geändert wurden und auf jede Menge 404-Seiten linken. Die VTuber, die bei Nishi Ninja gesigned haben, sind nach sehr kurzer Recherche, aber ich werde den Verein sicher weiter im Auge behalten, ausnahmslos sehr kleine VTuber mit teils zweistelligen Followerzahlen, was prinzipiell überhaupt nicht schlimm ist und eine Agentur für kleinere CreatorInnen wäre in der Theorie auch große Klasse, aber es ist schon etwas… Zass. Zusammenfassend lässt sich sagen, liebe Leute, bevor ihr irgendwo unterschreibt, achtet bitte drauf, ob euer zukünftiger Agenturpartner auch wirklich zu euch passt, euch vertrauenswürdig vorkommt und euch die Hilfe geben kann, die ihr sucht. Fragt andere VTuber, die bereits gesigned sind, was ihre Erfahrungen sind und werdet nicht Mitglied, nur um professioneller zu wirken oder mit der Hoffnung, dass eure Karriere damit den nötigen Startschuss bekommt, um die nächste Gorgura zu werden. Während sich Transportfirmen in Deutschland hauptsächlich über Lohnverhandlungen und absurde Leistungserwartungen beschweren, gibt's in Japan ganz andere Probleme. Weekly Logistics berichtete über einen Manager im Transportwesen aus Shizuoka, deren Sorge Isekai-Animes angeht. In diesem Genre werden Erwachsene und Jugendliche oftmals und meist unabsichtlich von einem Truck erfasst, nur um in einer anderen Welt aufzuwachen und sozusagen eine zweite Chance zu bekommen. Während der Manager unterstreicht, dass er natürlich akzeptiert, dass Schreiber ihre Geschichten so erzählen können, wie sie möchten, befürchtet er falsche Eindrücke und unbegründete Angst vor Lastwagen und damit ein potenzielles Ruinieren der Reputation von Japans Logistikindustrie. Laut dem unbenannten Manager läuft letztendlich alles auf unterschwellige Nachrichten hinaus. Diese Geschichten, die oftmals auch von Kindern gelesen werden, können zu einer Paranoia und Angst gegenüber Trucks und Trucksfahrern ausufern. Als Beispiel nennt er das tatsächlich existierende Phänomen von Ehepartnern und Eltern, die junge Männer davon abhalten, in der Industrie angestellt zu werden. Um der negativen Auffassung von Trucks entgegenzuwirken, bittet der Manager im Artikel Anime- und Manga-CreatorInnen darum, zukünftig vielleicht etwas darüber nachzudenken, die Zulieferdienste Japans in einem besseren nicht darzustellen. So beknackt es auch klingt, all dies ist laut Weekly Logistics in Japan ein wirkliches Thema mit realen Auswirkungen und die Diskriminierung gegen die Logistikindustrie ein tatsächliches Problem. Ob es wirklich allein in Isekai-Anime begründet ist, kann jedoch zumindest bezweifelt werden. Laut einem Social Media Post von Twitch sind nach der Ankündigung vom 11. Juli nun in über 30 Ländern die neuen Preise für Subs und Gift-Subs aktiv. Ich habe ja schon in einer vorherigen Folge darüber berichtet. Twitch sagt, keine Aktion eurerseits ist erforderlich, die neuen Abo-Preise werden automatisch mit dem erhöhten Preis erneuert, was schon irgendwie witzig, aber hauptsächlich dreist ist. Also tut euch selbst den Gefallen, checkt eure aktuell verschenkten Subs und seid sicher, dass es trotzdem alles passt bei euch. Und falls ihr CreatorInnen kennt, die ihr zwar mögt, aber ihr euch aktuell einfach keine weiteren Subs etc. leisten könnt oder mögt, sharet ihren Content, gebt ihnen einen Shoutout oder subbt auf YouTube. Das ist alles kostenlos und ihr tut euren Lieblingsleuten trotzdem einen riesen Gefallen. Gute Neuigkeiten für Karaoke-Fans. Das Moonlight 2024 startet am 19.7. und läuft noch bis zum 21.7. und bietet euch jede Menge VTuber, die für euch Karaoke singen. Wenn ihr auch nur einer Handvoll deutschsprachigen VTubern auf Social folgt, kann ich euch fast versprechen, dass jemand dabei ist, den ihr kennt. Von Piratenqueen Baru bis Schmetterling Himeji, von Ork, Balthasar Faust bis Halb-Wolfi, Kenichi Ray. Die Running Order ist fix, die bekommt ihr von at moonlight-ger auf dem Content Shredder, formerly known as Twitter. Und sehen könnt ihr das Ganze live auf Twitch. Und damit haben wir wieder eine Woche durch. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte vergesst nicht das Abo und ihr dürft den ganzen Bums gerne auf Social Media teilen, damit ich so mehr Leute in den Comments hab, die sich aus irgendwelchen Gründen vom Avatar persönlich beleidigt fühlen oder so. Also macht's gut und bleibt gut. Ich bin Tiku, das war die Woche, wir sehen uns am Samstag oder in den Livestreams zwischendurch auf YouTube oder Twitch. Doch da weder der Stil des Spiels zu Bluberpats... Da weder des... Doch da weder der Stil... Ist denn wieder los hier? Doch da weder des... Einen zusätzlichen kleinen Kassen- und Ladebera... Laden... Einen zusa...